so herzlich willkommen liebe freunde ich mache jetzt mal ein ganz kleines kurzes video für euch viele von euch haben vielleicht überhaupt keine ahnung was oder wofür man so ein modularsystem eigentlich gebrauchen kann genau und dann also ich will weiter mit euch einfach mal so ein paar soundeffekte machen ja also ganz tolle geschichten eigentlich ja also was kann man damit machen nicht das ist ja die große frage zum einen habe ich das system jetzt hier in diesen kleinen lautsprecher angeschlossen also man möge mir die schlechte tonqualität verzeihen aber also nehmen wir mal folgenden fall an ihr wollte zum beispiel also ein also ich benutze das system in den grünen dafür um soundeffekte zu machen für meine computer spielung sich ganz ehrlich gestiegen und da habe ich mir gedacht also wir haben jetzt ich gebe euch ein erstes beispiel und zwar nicht mal an wir wollen ein telefon das tuten des telefons wollen wir haben ja dann das hier also ich habe das jetzt mal muss ich ehrlich gestehen vor eingestellt ich habe nämlich hier in 440 hertz leitton drin also das a ist das und das ist zufällig der ton den das telefon benutzt dann kann ich den hier einstellen und dann kann ich hier oben da ist quasi an der ton der frequenz des oszillators kann ich die das abstellen so und jetzt habe ich einen wunderbaren 440 hertz ton ist jetzt noch nicht so wahnsinnig spektakulär aber wo es jetzt geht wenn ich jetzt nämlich hingehe und folgendes tue ich gehe mich mit dem output hier einfach in einen vca rein ein voltage controlled amplifier das heißt eigentlich ist es ein verstärker ist vielleicht das falsche wort aber ist ein element ein bauteil was es mir erlaubt das signal dorthin durchzuschleifen und durch eine externe spannung wie die zum beispiel eine hüllkurve eine envelope die eben einen spannungsverlauf erzeugt die erzeugt einen spannungsverlauf steuert damit den vca und was rauskommt ist folgendes dann kann ich nämlich hingehen einfach das signal von dem hier rein dann heraus aus dem vca gehe ich in meinen kleinen mixer hier ja da hinten rechts unten und dann kann jetzt schon mal hier nichts machen weil ich noch was vergessen genau und dann gehe ich mit dem mit dem höhkurven generator hier oben aus und geht damit in den eingang in den steuereingang des vca ist hier unten und dann kann ich ich habe dann hier so einen kleinen knopf und dann glaube ich jetzt kann ich ja wunderbar also jetzt kann ich damit dieses geräusch erzeugt was ganz nett ist an der geschichte ich habe jetzt hier unten zum beispiel ein lfu ein low frequency oszillator der oszillator ja der ist ein oszillator der ganz langsam schwingt der geht allerdings fast bis in den hörbaren bereich muss man dazu sagen dann nämlich schnappe ich mir den ausgang stelle das ding hier auf dem rechteck und das gate das ist der steuereingang also da kommt im prinzip mein gate rein jetzt könnte mir gar nichts passieren telefon also tut schon mal das telefon ja das war die erste geschichte patch nummer zwei das ist der patch alle patches überhaupt das ist nämlich sammel und holt im krampf sammel und holt heißt nichts anderes als dass ich eine schaltung habe die von einem rauschen sammel sind das heißt die in einer bestimmten einer bestimmten frequenz guckt was am eingang an liegt und das ist das signal oder eben das interne rauschen und das gibt ihnen aus das ganze hört sich dann so an also ich gehe noch mal ich nehme ich brauche diesmal keine envelop ich gehe erst mal in den mixer rein jetzt habe ich hier diesen ton den wir von eben kennen jetzt gehe ich hier aber mit dem sample and hold raus und moduliere damit die tonhöhe des frequents des voltage controlled oszillators hier und dann macht er einfach super die tonne und das kann ich natürlich auch schneller machen wenn ich will auch nicht wo ist denn hier ja genau hier ja also da kann man halt zum beispiel so was machen das wird eigentlich auch erst dann witzig wenn ich das in den effekt gerät stecke also zum beispiel hier in den ähm zeit 5000 von typ top audio das ist ein effekt gerät das könnt ihr euch auf jeden fall mal anschauen damit gehe ich dann raus hier auf den und rechts und dann hier auch rechts raus aus dem und das ganze kann ich jetzt dann ein bisschen ins reverb verschleifen und drehen wir die frequente noch ein bisschen höher so ok also jetzt haben wir hier ein schönes sample und hold geklingelt ich finde es super und wenn euch das gefallen hat dann lasst mir einen daumen hoch da ihr könnt mich auch abonnieren da würde ich mich auch sehr darüber freuen genau und vielleicht gibt es ja nächste woche noch nein nächste woche nicht doch nächste woche gibt es dann vielleicht noch eine folge oder schreibt mir da einfach in die kommentare was ihr denn mal sehen wollt was ich dann mache und genau vielleicht hat es dem ein oder anderen ein bisschen inspiration geblieben bis bald tschüss